So Leute und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Danke fürs Einschalten an alle, die schon dabei sind und die neu dazugekommen sind. Lasst gerne kostenfrei natürlich hier an der Stelle ein Abo da und klingelt auch in der Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Und an erster Stelle noch in eigener Sache der Hinweis, vielen Dank an alle, die, die mich per PayPal mal wieder unterstützt haben, eine kleine Spende rausgehauen haben. So kann ich diesen Kanal hier finanzieren und weitermachen. Und es bleibt weiterhin spannend, Freunde, und spannend könnte man hier auch ersetzen, wir werden weiterhin verarscht, denn wir werden massivst verarscht, gerade im Bereich CO2-Steuer. So ist es nämlich, dass wir wissen, dass vor einiger Zeit, gut über einer Woche ist es jetzt her, dass das Klimaschutzprogramm von der GroKo, also Großen Koalition, SPD und CDU, verabschiedet und vorgestellt wurde. Und das sah ja schon relativ kritisch aus. Und dann habe ich ja gesagt, ein paar Tage, nachdem das veröffentlicht wurde, wollte ich mir das mal im Original runterladen und angucken. Und da war es komischerweise schon nicht mehr verfügbar auf der Webseite. Ich dachte, ja, vielleicht ist er, keine Ahnung, einfach der Server gerade nicht erreichbar, sonst was. Und jetzt kommt nämlich raus, dass massive Änderungen in diesem Formular soweit vorgenommen wurden. Und wenn man sich das nämlich anschaut, schreibt nämlich auch der Fokus, fehlt da zum Beispiel eine komplette Tabelle in der neuen Fassung, die jetzt online verfügbar ist. Eine komplette Tabelle mit Minderungswirkungen, in Anführungsstrichen, also irgendwas, wie man den CO2-Ausstoß durchbezahlen von einer Steuer irgendwie einschränken sollte. Und da waren 65 Maßnahmen soweit aufgeführt. Das Ganze fehlt zum Beispiel. Des Weiteren fehlt aber in dem gesamten Dokument überhaupt überwiegend weiterhin jegliche Angabe von irgendwelchen Zahlen oder Ähnliches. Und das ist meines Erachtens nach wirklich eine ganz große Frechheit. Man stellt erst unter großem Medienhype und allem ein Dokument vor, wo halt ein paar Fakten und sowas drinsteht. Und dann, das ist ja Kalkül meiner Meinung nach, das ist ja geplant gewesen, das Ganze so zu machen, wo das Ganze jetzt ein bisschen abgeebbt ist, wo da nicht mehr so viele Informationen in der Presse dazu rauskommen, geht man einfach mal ganz gediegen hin, ändert das Ding und haut ein neues raus. Aber das wird natürlich nicht so gehypt in der Presse wie mit dem ersten, weil die meisten Leute interessieren sich ja schon nicht mehr. Habe ich das schon mitgekriegt? Und das ist eine ganz große bodenlose Frechheit, weil wenn da keine Zahlen oder irgendwas richtig Konkretes drinsteht, dann hat die Regierung natürlich noch mehr Möglichkeiten zu sagen, ja, aber da stand doch nichts drin. Wir haben ja nur gesagt, wir werden dies und jenes ändern. Prozentual oder einen gewissen Wert oder Ähnliches haben wir ja nie gesagt, der da drinsteht. Das ist schon eine bodenlose Frechheit, anders kann man das gar nicht mehr ausdrücken. Denn wenn man sich auch noch betrachtet, geht das Ganze nämlich auch noch weiter in diesem gesamten Klimapaket von der Bundesregierung. So schreibt nämlich hier der Fokus, Zitat, selbst ein Golf wäre doppelt so teuer. Kfz-Steuererhöhung viel drastischer als bekannt. Und darüber habe ich ja vor ein paar Tagen auch schon mal berichtet, dass nämlich in diesem Klimapaket, soweit sehr, sehr hochgestochen und schön formuliert, sodass man es nicht direkt versteht, bei diesem ganzen komischen Bobby, der da geschrieben und verfasst wird, Beamten-Deutsch, wie man es auch immer nennen mag. Aber so sieht es wirklich konkret aus, dass wir definitiv massive Steuererhöhungen bekommen werden für unsere Kfz-Steuer ganz genau. Und heißt nämlich, wir bekommen, das habe ich ja vor ein paar Tagen in dem Video auch schon gesagt, die Bemessung aktuell der Kfz-Steuer läuft ja einmal auf CO2-Ausstoß des Fahrzeuges und zusätzlich auf Hubraum. Und das ist so schön formuliert oder auch negativ formuliert in diesem Dokument, dass man davon ausgehen kann, dass es nämlich darauf hinausläuft, dass der Hubraum nicht mehr die hundertprozentige oder gar keine Gewichtung mehr haben wird, um die Kfz-Steuer zu berechnen, sondern die CO2-Steuer viel mehr ausmachen wird. Und das ist ja logisch, dass dann ein Fahrzeug, was 100 Gramm CO2 ausstößt und inklusive der Hubraum bemessen wird, danach, wenn CO2 höher bemessen wird, einfach mal mehr kosten wird. Das ist ja ein ganz logischer Schritt. Und wo die Daten und die genauen Euro-Angaben der Fokus jetzt diese Infos her hat, kann ich nicht sagen. Er schreibt auf jeden Fall, Zitat, bei einem Ausstoß zwischen 95 Gramm und 115 Gramm CO2 pro Kilometer natürlich, wird das Ganze nämlich von 95 bis 115 Gramm pro Gramm auf 4 Euro erhöht. Und das ist echt nicht wenig, das entspricht nämlich einer wirklich kompletten Verdoppelung. Und deswegen hat er der Fokus nämlich hier auch getitelt, selbst ein Golf wäre doppelt so teuer. Also da wird einiges auf uns zukommen und das geht mal richtig ordentlich ins Geld. Wenn ich für ein Auto im Jahr schon wirklich viel Kfz-Steuer, also 100 Euro finde ich, ist verdammt viel Geld für eine Kfz-Steuer, die nicht zu 100 Prozent in unsere Straßen fließt, in unser überhaupt Verkehrssystem investiert wird, sondern auch fremd verwendet wird und wenn das am Ende des Jahres auf einmal 200 Euro darstellt. Das ist eine krasse Nummer. Und dann auch noch bei Fahrzeugen von oberhalb mit 115 Gramm, alles was drüber liegt, wird das Ganze nämlich auch noch mit 5,50 Euro dann verrechnet oder verwuchert, wie man es immer ausdrücken will. Also das ist schon eine ganz starke Nummer. Ich finde es einfach nur krass. Das Ganze kommt ab 2021. Die Kreativität dieser Politiker ist eine bodenlose Frechheit und eine pure Gängelung von uns Bürgern, einfach nur weiter zu schröpfen und auszunutzen. Weil womit ist denn, das sage ich ja jedes Mal, damit ist ja keinem geholfen. Damit ist ja der Umwelt erst recht nicht geholfen, wenn ich einfach mehr Geld bezahle für das, was ich jetzt sowieso auch habe. Erklär mir das mal gerne einer. Wie soll das denn funktionieren? Ich fahre doch nicht weniger mit dem Auto und kaufe deswegen weniger Benzin, sodass ich dadurch irgendwie der Umwelt was Gutes tue. Und genauso bei der Kfz-Steuer. Die Kfz-Steuer zahle ich, ob ich 0 Kilometer im Jahr fahre, wenn das Fahrzeug angemeldet ist, oder ob ich 100.000 Kilometer im Jahr fahre. Das ist ja noch nicht mal irgendwo an eine Fahrleistung oder ähnliches geknüpft. Das ist ja einfach, die wird komplett erhöht. Punkt. Da kann ich das Fahrzeug auch zwölf Monate in der Garage stehen haben, angemeldet natürlich, und ich bezahle diese Kfz-Steuer. Und das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch eine bodenlose Frechheit. Dann habe ich hier noch ein Posting auf der Facebook-Seite von Christian Lindner von der FDP gesehen. Und er hat da offensichtlich ein Bild, blende ich euch an dieser Stelle auch ein, gepostet, was ihm zugespielt zugesendet wurde. Ist wohl von einem Mercedes-G-Klasse, wenn mich nicht alles irrt. Verbessert mich, wenn es falsch ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Und hier wurde offenbar gezielter Vandalismus dran betrieben an diesem wunderschönen Kfz. Das erste Wort bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es müsste heißen Lass. Und darunter steht den Scheiß. Und das wurde einfach mal mit grüner Farbe komplett da draufgekleistert. Und man sieht, dass da eine Schablone für benutzt wurde extra, um das so drauf zu sprayen. Denn Leute, wo soll das noch alles hinführen mit dieser Hysterie, die hinter diesem ganzen Thema steht? Das hat schon wirkliche Züge von der Antifa, meiner Meinung nach, dass man zu so radikalen Mitteln aufruft. So wie Luisa Neubauer, aka Langstreckenluisa beispielsweise, auch gesagt hat, Flughafenblockaden und ähnliches doch legitim wären. Und das sind so radikale Sachen, wie ich finde, das ist nichts mehr, was mit einer normalen Demokratie zu tun hat, meiner Meinung nach. Das darf nichts ausufern und muss einfach wirklich mit aller Härte und Strenge des deutschen Gesetzes bestraft werden. Dann habe ich des Weiteren vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass Daimler es sehr, sehr schlecht geht. Sie möchten den weiteren Verbrennungsmotor, so ist es richtig, Verbrennungsmotor nicht weiterentwickeln. Da haben sie jetzt irgendwie erstmal einen Stopp gemacht. Sie müssen 1,2 Milliarden Euro Verlust hinnehmen. Dann haben sie eine Geldbooste zu tragen von 870 Millionen und so weiter und so fort. Und jetzt schreibt nämlich hier Stuttgarter Nachrichten, Sindelfinger, also da sitzt ja Daimler unten, Sindelfinger Steuereinnahmen stürzen ab. Und das ist ein logischer Schritt, denn der Finanzbürgermeister muss in diesem Jahr mit 100 Millionen Euro weniger auskommen als im Vergangenen. Das ist ja ganz klar logisch, wir laufen in einer Rezession hinaus. Wer weniger Umsatz generiert als Firma, der muss auch weniger Steuern bezahlen. Also man, vielleicht merken das so langsam mal irgendwie die Leute, ist immer noch meine Hoffnung, dass durch, das alles, was mit der Automobilindustrie gerade gemacht wird, und ich gehe auch hart mit der Automobilindustrie ins Gericht, ich sage es immer wieder, meine Freundin verklagt aktuell VW wegen ihrem Diesel, weil sie sich betrogen fühlt und meines Erachtens auch betrogen wurde. Und dementsprechend, es kann aber nicht sein, dass wir jetzt so viele Leute in Deutschland haben, die einfach so draufhauen auf die Automobilindustrie und sagen, ihr ändert jetzt von gestern auf heute einfach mal euer komplettes Angebotsprogramm von Fahrzeugen und so weiter. Das ist nicht umsetzbar, das ist nicht machbar. Damit macht man eine gesamte Industrie gänzlich kaputt. Dann gibt es immer wieder hier eine Nachricht bezüglich VW und VW unter diesem Skandal, das reißt nicht ab, das wird uns auch noch einige Jahre begleiten, da bin ich fest von überzeugt. Und so hat jetzt nämlich schon wieder mal ein Gericht in Deutschland, speziell das Oberlandesgericht in Frankfurt, nämlich entschieden, dass ein VW Tiguan war es, genau, Motor natürlich EA 189, mit einem Baujahr von 2009, von VW gänzlich zurückgenommen werden muss und abzüglich der Nutzungsentschädigung, die gefordert wird, wird der Kaufpreis des Fahrzeuges erstattet. Und das wurde nämlich jetzt in zweiter Instanz an diesem Oberlandesgericht Frankfurt entschieden. Und das ist meines Erachtens nach definitiv richtig und auch gut so, dass VW hier zur Kasse gebeten wird, weil sie haben nachweislich sich nicht korrekt verhalten und da muss man auch nicht das Ganze irgendwie beschönigen mit Schummeln oder ähnliches zu sagen, sondern das war ein Betrug, das war ein wissentlicher und ein geplanter Betrug. Und das gehört sich nicht, das ist nicht in Ordnung. Und ich sage es nochmal, so wie sich VW in diesem Skandal verhandelt, versucht die ganzen Sachen immer wieder rauszuzögern, habe ich darüber berichtet, einige Sachen darüber gemacht, Videos darüber gemacht und einfach auch noch nicht mal eingestehen von sich aus, wir haben da Scheiße gebaut, sorry, wie können wir uns möglichst gut einigen mit allen Betroffenen. Nein, man muss wirklich auf einen privaten Klageweg gehen, so ist es richtig, oder aber die Musterfeststellungsklage. Und das ist meines Erachtens nach für ein alteingesessenes, wirklich schönes Unternehmen, wie VW es darstellt, was ein familientraditionelles Unternehmen ist, Familienunternehmen insofern. Meine Familie hatte auch viele VWs in ihrem Leben und ich bin damit auch irgendwo aufgewachsen. Jeder hat irgendwo Kontakt in Deutschland mit VW gehabt, kommt man nicht drumherum. und dann ist es einfach sehr, sehr fatal, wie ich finde, so mit seinen wirklich treuen Kunden umzugehen. Dementsprechend, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Signalisiert es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Es bleibt weiter entspannt, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.